Hallo YouTube! Ein Zuschauer wollte einmal die Strecke von Altenburg nach Bildau fahren mit der BR-101, die ich schon in dem anderen Video hatte. Die Adler-101. Ich habe mich aber heute mal für die Legoland-101 entschieden. Als erstes lassen wir alle einsteigen. Wir fahren unsere Stromabnehmer hoch. Wir haben eine Doppeltraktion für kürzvoller Fahrstand. Ich habe nur die Verhandlung ausgetauscht. Da habe ich auch eine 143er. Wir haben jetzt eine Verhandlung ausgetauscht. Ich habe eine Verhandlung ausgetauscht. Wir haben jetzt eine Verhandlung. Wir haben jetzt noch ein Verhandlung ausgetauscht. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Nächster Bahnhof, Altenburg-Bach, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Also diese Ansagen, das ist der Punkt, warum die TTV-Welos am meisten gefallen haben, die die auch gekauft haben. Ich selber kann das nicht so schön wie der Philipp. Türfreigabe! Türfreigabe! Da wir heute noch trotzdem zu kommen, muss ich mir gar keine Sorgen machen um die Haltetafeln. Das ist ganz gut. Die Aufgabe beinhaltet die Fahrt von Altenburg nach Wildau und wieder zurück. Ich fahre aber nur bis Wildau. Eigentlich geht es mit uns um die 101 hier. Die Fahrt von Altenburg nach Wildau und wieder zurück. Die Fahrt von Altenburg nach Wildau und wieder zurück. Die Fahrt von Altenburg nach Wildau und wieder zurück. Die Fahrt von Altenburg nach Wildau und wieder zurück. Die Fahrt von Altenburg nach Wildau und wieder zurück. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sollte Nächster Bahnhof Niederkirch Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen Türfreigabe 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 Schließvorgang eingeladen Türfreigabe 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 Ich glaube die 50 Jahre, wenn man rechts abbiegt, wäre rechts an die E-Bahn. Ich bin sowieso lieb, eigentlich. Ich weiß nicht, dass man diesen 13-Bahn hat. Zwangsbremsuri 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 Das müssen die cabinlich schneiden, als kmh dryingültige şahrung Zwangsbremsuri Zwangsbremsung 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 Türfreigabe 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 Zugbeeinflussung Zugbeeinflussung Zwangsbremsung Zwangsbremsung Zugbeeinflussung Zugbeeinflussung Zwangsbremsung Nächster Bahnhof Köhlblitz Hauptbahnhof ins Ausstein Das war ja eine schwere Kugel Türfreigabe Türfreigabe Hallo Türfreigabe Radio Normale Untertitelung des ZDF, 2020 Zwangsbremsung Zwangsbremsung Türfreigabe Türfreigabe Zugbeeinflussung Zugbeeinflussung Ja, ich hätte es bestätigen müssen Ereignis Degenergie Stärke Ereignis Ereignis Zwangsbremsung 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 Das war's. Spannungsgeladene Tür ist reingabe, Tür ist reingabe. Tür ist reingabe, Tür ist reingabe, Tür ist reingabe. Schließvorgang eingeladen. Tür ist reingabe, Tür ist reingabe. Sollte Nächster Bahnhof, Rudolfbach. Links aussteigen, bitte. Tür ist reingabe, Tür ist reingabe, Tür ist reingabe. Schließvorgang eingeleitet. Tür ist reingabe, Tür ist reingabe. Tür ist reingabe, Tür ist reingabe, Tür ist reingabe. Tür ist reingabe, Tür ist reingabe, Tür ist reingabe. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Zug beeinflussen, Zug beeinflussen. Nächster Bahnhof, St. Rudolf, bitte um Fahrtrichter links aussteigen. Nächster Bahnhof, St. Rudolf, St. Rudolf, St. Rudolf, St. Rudolf, St. Rudolf. St. Rudolf, St. Rudolf, St. Rudolf. St. Rudolf, St. Rudolf, St. Rudolf, St. Rudolf. St. Rudolf, St. Rudolf, St. Rudolf, St. Rudolf. St. Rudolf, 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 St. Rud Untertitelung des ZDF für funk, 2017 so, 90 Sie sehen nur, dass es rechts Siewe zum Seegewerk, Sankt-Urbe aufs Seegewerk Sockbelecht Zug bei Einflussung Plane spot auf der Brücke Das war's. 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 Das war's.